Ich bin am chillen. Mein Name ist K.Y. Mein Sohn macht nur Scheiße. Trink schon morgens Cola. Hey, hört mal auf damit. Guck mal da, sagen wir mal an die Kamera. Das ist das Tagebuch Teil 3. Das ist so sieht jeden Morgen bei uns aus. Guck mal, der steht auf, trinken sie erstmal, gibt der sich einen Cola. Jetzt trinken er erstmal Cola, dann rennt er hier ein bisschen rum, macht alles unsicher. Okay, wir sehen uns bei Teil 4.